Kommen wir noch zu einem weiteren Wabenstoff aus dem hochtransparenten Bereich. Ein zartes Grau, den gibt es auch beidseitig mit der gleichen Grautönung, den hatten wir vorhin schon mal. Hier sieht man, dass dieser Stoff von der Rückseite weiß ist. Also wer von außen die weiße Ansicht haben will, nimmt diesen Stoff auch sehr 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 transparent, wie man hier sieht. Und so den Stoff aus der Nähe, dass man hier die Struktur etwas erkennen kann.